Liebe Freunde der Poesie, herzlich willkommen bei Vorsicht Lyrik. Heute mit ein paar klaren Worten an den November. Ein paar klare Worte an den November. Hör zu, mein Freund, mir reicht es bald. Du bist fast dreißig Tage alt, doch sag, was hast du uns gebracht? Nur eines. Länger wird die Nacht und kürzer dauert drum der Tag. Ein Umstand, den ich gar nicht mag. Ich frage dich, was bringt das schon? Nur Trübsal, Trauer, Depression. Den Totenmonat nennt man dich, ganz ehrlich. Grad das tue auch ich, weil in dir jeder hat's entdeckt, nicht ansatzweise Leben steckt. Mit Wetter, spät und in der Früh, da gibst du dir echt keine Mühe. Hast Nebel nur im Angebot und Regen. Da wär gern man tot. Früher, da hat man sich gedacht. Drin werden Lichter angemacht, was heute nur noch scheitern kann. Schaut man sich mal den Strompreis an. Auch Kälte hat uns nicht gereizt. Entsprechend wurde drin geheizt. Als Abwehr gegen kaltes Nass. Doch teuer sind heut Öl und Gas. November. Du bist hinten dran. Pass dich einmal dem Heute an, Weil du inzwischen, was ein Mist, für uns einfach zu teuer bist. Bis zum nächsten Mal.